ist das nicht auch ein Pokéball? ja fast meinst du es in die Mitte wieder? ja ja ist das jetzt was anderes? das ist ein Pokéball ja, aber ein anderer du willst den Namen von Pokéball wissen? ja ja da ist doch keine Farbe ja was soll das denn für ein Pokéball sein? das ist ein Superball den erkennt man doch gar nicht so nein schlag ihn Rechheit aber erst wenn du oben bist ah ja hier sind die lustigen Treppchen da kann man runter segeln dann stimmt man also wenn du hier runterfällst von der Treppe kannst du hier rauf und runter da bin ich mir nicht sicher ob du das überlebst weißt du es? versuch doch ich schubs dich nein du kannst dich ja noch retten ich nicht ich? nö doch da hat keine Führung was hab ich denn da angefangen ja hier möchte ich auch noch irgendwas machen na das kommt noch und hier geht den ganzen Turm hoch bis ganz oben aber das soll ein Superball sein da oben? nee nee das über dir ist jetzt ein Superball das wo wir draufstehen ist ein Superball 1 ach jetzt jetzt erkennt man das auch da haben die Farben der Feuer ich will Marci was schenken aber er rennt immer weg jetzt jetzt ja mega kleiner Fritz ich will gar nicht ich hab ja schon ganz hoch wollen weil da ist ein Glockenturm aber ich hab was ich hab ich hab ich weiß nicht hm also es ist nicht so viel mehr cool die Aspitzhacke oh Effizienz und Haltbarkeit der war ein Zinger Clown warte jetzt ja was wir Black gesagt damit bezahlt er dich ok hab ich die jetzt ich hab die nicht doch hast du doch geh weiter meine Kinder ich geh wieder nach unten ja lass uns nach unten gehen dann lass uns zu unserem neuen Projekt gehen dann kannst du auch sehen was wir da bauen neunes Projekt ok wo geh runter also ich bin schon nach unten ok jetzt springen wir nicht nein nicht springen das ist gefährlich scheiße alles gut er hat gerade nach unten geschaut ganz bestimmt gefährlich wobei eine Sache äh schon wer schick ihn mal nochmal in die Kathedrale in die Mitte ich mach was an ach ja genau ähm Marcel 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 wo bist du ich komme ich komme du 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 ok ja kannst du ruhig mal nach oben unten ah was ist denn der Weg nach unten hier hier komm her ich bin bereit ja Moment wir gehen auch Treppen runter Treppen runter hier kannst du mal runter springen und hoffen dass du nicht stirbst hast du ein volles Leben ich ne dann ess ähm das war nicht sehr schlau hey er ist nicht tot ja es war es pass auf ich gebe dir bisschen fleisch weil es hast du dir so 32 hinter dir da kannst du gut fressen ja meine Tasche ist voll wo sollen wir uns platzieren pass auf hier steht glaube ich ganz gut ein bisschen da wo du bist jetzt schon wäre das die Mitte so Masi komm her wir setzen uns und die 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 Kirche fängt an die Kirche ich mach mal ich mach mal ich mach mal ich mach mal jetzt gut zuhören präsentiert von schon mehr Productions ja hörst du's ja das habe ich gemacht ja nice und weißt du was das ist ja ja sehr schön was und selber richtig das hat ja schon gefallen wie klingt das dann an euch auch so krass oder ist das nur bei mir so das Lied gerade gewesen ah es ist manchmal weil weil Server Dings und so das ist normal selbst wenn man Solo spielt passiert das manchmal soll ich eben schlafen because of dunkel ja ja wär cool wuuu wadduckmisch jay himmel wuuu wuhu wuhu jetzt kann man nochmal sehen wie cool das ist in dem wir vorhin waren ok 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 auf dem Balkon waren wir vorhin hier über die Fenster ja wie lange hast du daran jetzt gearbeitet ähm ja viel also ein paar paar Stunden Streams waren dabei und auch ein paar Aufnahmen hier kann man nochmal schön die Fenster sehen vor allem von der Seite vor allem von der Seite jetzt müssen wir aufpassen weil hier sind immer wieder Freunde auf die ich eigentlich keinen Bock hab aber scheinbar grad nicht das ist gut schau Masi wir zeigen dir jetzt unser neustes Projekt schon mehr und mein neues geiles Abyss Dorf Masi kannst du denn Anime Made in the Abyss? na ich glaub nicht Inde oder? echt weißt du was? führst du die mal hin ich muss den Scheiß da mal weg machen was reg' mich hat auch Moment da muss ich kurz überlegen einfach weiter in die Richtung einfach weiter in die Richtung schlägt uns mal schlägt uns mal schlägt uns mal schlägt uns mal ey Sturm chill mal das sind aber viele Tiere oh jetzt liegt da ne Endermelde ok ich seh schon bin ja da oh ein bisschen weiter ähm wer hat da der voll den hoch gebaut ach das ist nicht von dir nein dann war's wahrscheinlich Cindy weil der hat ja auch ähm gefragt was du Fäden hast das ist okay warum ist hier ein baum halb abgehackt das war ich nicht ich hab hier keine Bäume gemacht d aber ist da überall Stein war das ein Cindy Ding vermutlich weil ich habe hier nichts ich habe hier nur die Bäume gemacht und hier sind wir da hier muss man nur aufpassen hier kann man noch hin wie kommt man da jetzt am besten runter ohne zu sterben hier kann man sogar relativ sicher rüber ja Marci, hast du eine Perle? Ja. Dann wirf die mal da gegen die Wand. Nicht zu hoch, bestenfalls, hier wo ich jetzt bin. Pass auf Marci, ich werf dir noch welche zu. Ich hab keine. Warte, 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 warte. Ich hab keine. Warte, ich kann dir eine runterwerfen. Ich hab ihn geheben. Ich bin in der Wand, oh, Vorsicht. Alles easy. Da oben hin. Ja, ja. Über den Zaun. Fuck. Nochmal, du schaffst das. Alles ist gleich, ja, warte. Ah, Marci, ist so ein Esser? Ja, das ist gefährlich. Wie musst du das denn? Ich muss. Oh, schaff ich bin oben. Aber geil. Hier will wohl wohl nochmal ein Haus reinbauen. Aber jetzt kannst du von hier schon sehen. Wird das eine Brücke schon, oder was wird das? Das ist einfach nur ein, da könnte man runterhüpfen. Okay, cool. Ähm, wenn du da hoch siehst, siehst du das helle Holz, diese Räder quasi. Jawohl. Das soll quasi so ein Seilzug sein, wo das Lama drin ist, ist das so eine Gondel. Weißt du? Ja. Da drüben hab ich gebaut, die hat größtenteils schon mehr gebaut. Wo kann ich mich hinstellen zum Ausloggen? Äh, da wo du jetzt stehst, ist glaube ich recht gut, weil das ist so ein Platz, wo wahrscheinlich nicht mehr so viel auf einmal gebaut wird. Das wird zumindest nicht abgebaut. Oh, mach's euch kriegen fast. Juhu. Ich geh mal duschen. Juhu. Juhu. Viel Spaß. Bye. Oh, Hilfe. Du musst dann minimal aufpassen, ich weiß nicht. Ich mach mal eine Fackel. Dann geh nicht jemand auf den Sack. Komm da. Juhu. Und dann bauen wir dann halt hier so an der Seite so Häuser und weiter unten sind irgendwelche anderen coolen Dinge. Vielleicht irgendwelche, was weiß ich, Biome, irgendein Eisding vielleicht und Pilz oder was auch so. Boah, ja, das könnten wir ja machen. Aber schmilzt das nicht oder schmilzt das nur mit der Fackel direkt nach dem Ort? Einfach Packed Eis kann ich schmilzen. Achso, ja. Das ist auf jeden Fall unser Dingens hier. Das wird ganz fein. Jetzt sieht man auch das Lama. Hallo, Carl. Oh, Carl. Oh, Carl. Das ist halt die Frage, wie Marci zurückkommt. Sterben. Er hat ein Bett. Nee, ja. Marci, siehst du von hier die Kapelle? Marci wird nicht wissen, wie man von daheim kommt. Ja. Ich nehm noch neun Minuten auf. Pass auf, Marci. Marci, jetzt hast du es gesehen. Hoffentlich hat dir die Tour gefallen und so. Ja. Wir ernsten uns bald wieder. Ja, ich hab Eis gekommen. Ich.